Tatsächlich, weil es mich einfach interessiert hat, mich einbringen zu können und weil damals coole Leute dabei waren und ich einfach Lust hatte, noch mehr Leute kennenzulernen und was zu unternehmen, was zu machen und ich fand es damals schon sehr ansprechend, als ich das Messeteam kennengelernt habe, habe mich dann entschieden, ich möchte mich auch einbringen. Die Organisation an sich, aber auch die Messen an sich wieso, man ist mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, man konnte sich austauschen, man konnte sich vernetzen, man konnte auch mal Witze machen, konnte abends auch mal feiern, das gehört ja auch dazu und es war in dem an Spaß mit dem ganzen Team unterwegs zu sein und dann auch andere von der Nordakademie, aber auch am Ende von dem Studieren und dem eigenen Studiengang vielleicht auch zu begeistern. Zum einen das Organisieren, das Planen, Ablaufmanagement, das braucht man im Berufsleben nachher auch, vor allem wenn man sich vielleicht auch mal selbstständig machen möchte, eigene Pläne und Projekte hat und dieses ganze Thema mit Menschen in Kontakt treten, authentische auftreten, Spaß haben, Netzwerken und am Ende Freunde gewinnen auch. Das war tatsächlich relativ einfach, da unsere Firma oder meine Firma mich damals sehr unterstützt hat, habe ich einfach abgestimmt, dass ich dann die beiden Tage frei bekomme, beziehungsweise für die Vorlesung war es auch in Ordnung, dass man da vielleicht einmal gefehlt hat und den Stoff dann nachgeholt hat, das heißt jeder hat da die Möglichkeit auch unter der Woche teilzunehmen, da gab es eigentlich keine Probleme und die Messeteamleitung und auch die Organisation hier hat einen auch immer sehr unterstützt bei dem Ganzen. Auch das Thema bringt euch ein, wenn es nicht das Messeteam ist, dann an einem anderen Referat. Ich kann das Messeteam sehr empfehlen, das hat mir unheimlich viel Spaß gebracht und nutzt die Zeit hier nicht nur um zu studieren, sondern sucht die Abwechslung. Man lernt hier viel, aber man lernt außerhalb der Nordakademie auch noch andere Dinge übers Leben und das kann man zum Beispiel gut im Messeteam machen.